Jetzt sind wir schon hier, oder haben wir den Kilder? Nein, haben wir den Kilder. Achso, sie denken wahrscheinlich, dass man Spür verlassen muss, um Aufnahme... Äh, was denken sie... verlassen... Cut. Jetzt extra... Cut für Biber. Äh, Cut für verlassen. Cut für verlassen. Cut für Cut. Äh, gib mir mal das Eisen. Ja, warte. Bist... In der Nähe wo... Warte, die droppt das durchs Loch. Warte, ist das Loch. Siehst das? Also... Der ist für der Erkunde und der bin für der Crafter. Ihr habt das, ne? Doch. Drei Eisen, oder? Ja, 20. Achso, ja doch, doch. Ja, drei Eisen, oder? Oh, la... Achso, jetzt bin ich wieder da, glaube ich. Wollt ihr nicht schon? Ah, doch, drei, doch, 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 doch. Dann steht da wieder 45 Minuten. Was, Mann? Alter, was ist das für Scheiße? 25 Minuten. 25 Minuten. Auf Uhr. Schauen. Oh, nein. Ist... ...bar. Alter, troll doch nicht, Nico, du scheiß Schwabeltitten, mein Schmann. So, komm mal zu mir. Oh, ich hab ein paar Rüstungen für dich. Ja, warte. Lapis mit. Lapis. Oh, da ist ein Eisen. Das war ein Eisen. Oh! 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 Ja, das Teamkill machen. Ja, das Teamkill machen. Ja, ich versteh's auch nicht, ey. Was ist denn Eisen? So viel Eisen, Alter. Und Carsten Stahlblümel. Plus Eisen. Ist das aus Stahl? Carsten Eisen ist... Alter, das ist wirklich da. Für mich auf jeden Fall, weil... Gibt das schon ein Eich an? Es ist nicht sicher genug. Also, ich war jetzt schon überall... Auf den großen Wasser kriegen. Wir müssen... Wasser, ne? Wir müssen... 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 Aber ich will... hier... Mit... thighste... Gut... Nicht... Ja gut... Die OP cuts unter... Verboten... Die Normalen... Normal... Normalen sind normal... Dies... Echt?... Nice... Naja... Oh! Ease bois. Aber nur 2, schade. Nah, ist es weiter. Nice! Loch. Ich hab's nicht gekriegt. Warte, ich mach mal Diamonds to your face, warte. Geht nix, schade. Schade. Hab du lange gebraucht. Ja, weil's I had cheap in aah. Wenn mein Chest hinsetzen, ist das automatisch von dem Team Chest. Also, da kann sich keiner mehr offen. Ich geh gerade raus. Sieg sich grad aus wie ein Redstone, Leute. Das ist, das ist einfach der Redstone-Fühler. Der Fühler. Der Fühler. Der Fühler, die Abfahrt. Der Weltverbesserungsbe... Äh! Oh Leute, das ist Hölle. Ah, das ist Eisen. Oh, das ist Wasser. Wasser nimmer mit. Ich hab... Oh, das war immer auch. Oh, das war aber böse. Böse Mama. Oh, äh. Oh, äh. Oh, da ist ein, da ist nochmal gut. Oh, fuck mal. Ich muss sowas auch. Nein, wir haben sie zum Zubauen. Nein, das holt. Nein. Was? Ich bin elackt. Ich hab Internet. Ich hab Internet... Ich hab richtig Internet, Alter. Ich hab richtig Internet, Alter. Das wird wahrscheinlich kickt Okay jetzt geht's So MMS jetzt sein So ist das denn Okay gut So ich kipp dann Buket Buket voll mit Jetzt facultycken Drehen aber trotzdem mal Buket vollchecken wie von dir ist haben wir jetzt überhaupt zwei, drei drei die gibt es hier denn noch mal ja stimmt ja aber wir schauen mal ja für den Verzauberstisch oder? ja für den Verzauberstisch aber in der Hölle können wir also können wir auch erst wenn wir die wegxen ja ist klar aber aber, 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 aber aber, 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 aber ich habe ein, ich habe ein, ich habe ein Schert und ich gebe auch Support die erkennen halt die erkennt sich schon ein Face, dass du Rose bist und das sind keine Support, Alter weil es zu scheiße sind für den Rest wenn es zum Last sind und zu scheiße sind wenn es zum Last sind und zu scheiße bist dann bist du zu scheiße ich komme zu smiten ok ok gut wenn es zu scheiße zum smiten ist smiten bist dann bist du zu dann bist du aber was wenn es zu scheiße zum exhausten bist bin ich manchmal sogar und ich vergesse die ganze Zeit auf meine Items Alter ist so viel Lava, ich gehe da weg böse wollen wir schon Opsi abbunnen? Opsi 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 abbunnen? Nee, er hat einen Bauch, ne er hat er er wohnt er wohnt er wohnt er wohnt da ist böse Lava, ich will da nicht hin oh, so geht's auch noch mal, noch mal, er ist nett und tolerant warte 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 hab ich ja gesagt ich hab mir Schabeyer immer nicht angehört ich glaube die Rade ist in der Gruppe gerade weil sie gestorben sind oder so echt, nein, es ist nur einmal oh, Leute, das Lava, pass auf oh, Leute, okay man geht, mach das nochmal, das ist unfair, was ist unfair, Mann? wenn die verreckt sind oder was? naja, aber da kein Skill hat, Alter ich hab die Chickens halt gereckt als von der Kühe, sorry warte jetzt Eisen ab ich hab immer so Angst, wenn ich Reds dann nur so Sachen abbauen, die vor oben sind, Alter, ich ich schau das immer nur so halbwert an und so äh ich will nicht nicht, nicht dauernd Stegi ist ja in Ollen drei Varus in, in der Halle gestammt aber Rösch, ist halt scheiße ist halt scheiße ist halt scheiße wo? also PSPVP die, die KT Scheiße, siehst die, die von Klaus besser so gut ich bin, hat der Weg okay, scheiße, stimmt okay haupt, haupt, scheiß gehört die Überlebensrate ist besser, ja sie waren einmal dabei, einmal gestorben na gut das sind gleich, die Überlebensrate ist gleich ja, okay, gut der war dreimal dabei, das ist dreimal gestorben das ist wirklich aber ich hab keine, äh, spitze Kacki mehr Spitzkacki? ich hab keine Spitzkacki mehr hast du geschafft zum Bench da ist'n dabei natürlich natürlich warte, gib dir das der gibt's mal richtig nein, das geht nein, nein ah, Alter ich find' so verrückt so ein Junge ich kann aber nicht wegschauen von dem Redstone ich muss es abbauen ich schau nicht hier ich zieh durch ich geh weg ich geh weg jetzt zieh ich durch? ich zieh durch ich schau wie oh, jetzt ist dunkel schau wie verlicht ist Tilt mann, wir bspst Fangen gut auf easy mann, wir bspst mann, ich hab doch das dir heißen ich hab doch das Dias heißen aber doch nur Dias na, wir sollten a on die Oberfläche weil wir hombud kohlt naja, wir holten's n Essen hat naja, wir essen noch wir sechsteaks, noch steaks ich hab noch den Stegen aufgebaut und dann komm wieder auf MC Steak, Bert Am Ende von dem Ding oder nicht? Am Ende von der Session? Jaja, genau Ich hab mir eh noch viel Zeit gehabt, ich dachte wir spielen jetzt schon so lange Ja, halbe Stunde Das geht dann Lollerikert So Ja, Loll noch, ja Außer dann bei einem Mauer wie Oder Schenken Alter Fast Place Okay Ich Schalt Schalt Ab Nachher Schenken Ich kann nicht erfüllen, Alter Schenken Alter, Schenken ist salzig Da hast du genau oben, Alter Hast du genau oben, Alter? Weil Also da hast du genau, äh, Dingens Das Schenken oben Schenken bei dir, Mann Ja Da, okay Oh, ich bin höllig von Oh, die hast Nice Warte, ich komm zu dir heute Da ist aber Wasser Da weiß ich nicht ab Äh, weil da würden in die Lava gehen Müssen es versichern Müsse es versichern Und gut, das ist eine Schlucht Ding, 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 ding es ist es ist das das jetzt 3 jetzt war wo wir schon bei den oder wo es nicht schicken was erfüllt schicken das war das kremer jetzt ich werde das nächste tage es wird schlecht und ich wollte kriegt wenn man keinem hat die stürme war in der sie mich einfach da ist gut oder das verfügbar das mal in der in der ich bin auf der anderen seite von der schlucht glaub ich habe angst hier wir machen rave und springen kreeper ein easy das ist ein krieg geschlöpter gestorben mit full iron war gut gekriegt und krippe umbringen schlug und springt dann so drauf sein muss aggressiv fertig macht springt dann aber direkt genau in krippe hat für einen kaputt an krippe auf full op hat max damit kriegt ja 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 ok das ist der drei banken sieht breit einigen leben auf meiner seite fertig ja ich bin in die mine oder brennt das ding die fachschule bei nur rechten bis endlich aber ich bin aber nicht schwul sorry aber ich bin nicht schwul äh sorry sorry allol wie geil schaut denn das aus was aber da hat Tom Bomben schon einig flogen wer aber das dann wieder alles zugewachsen ist mit stein hat ziemlich machte was und was vermisst ice der typ macht mich so fertig der einzig fahrer im lg-typ ich hab keine jalapeños und das ich hab keine jalapeños und das ja ja oh 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 inzucht konzent oh mal ehrlich was findet ihr an inzucht schlimm Prozent das für die jetzt nicht so schwarz das was wir wenn er er gehört er sich hören so ihr habt die letzten die wir nun mit vormen gg gg er hat es jetzt die jetzt können nachher im von dr wissend und form von wenn eben das geschaut wird die mit ihren Analyse der Ben der Dr. Wiss nicht kommen das ist echt der Dr. Wiss nicht Nein, ja ich bin der Gott nicht ich hab schon in der Zeit, 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 ich hab schon in der Zeit der Tenendo nächstes Jahr wird gebildet ja, hast du gesagt, du hast gesehen, das Video? Abfahrt oh du ich, Alter das gefühl, wenn du nicht zwischen Schinken und Trinken schreitkost schrinken schrinken ich glaub ich hab kein Schinken mehr, ich fühl's, naja doch, da ist noch was schrinken das ist Käse, was soll das? warte ich hab schon mal Käse und Schinken ja, wir haben gestern Essen dabei bekommen und die haben so voll fette Augen gehabt ja, wir haben halt die Hälfte eingestraft voll fette Augen voll fette die voll fette Augen gehabt, voll fette und die eingestraft genau so, uh, ich fühl's, gut wir haben, Alter oh leu da müssen wir ein bisschen mehr Kohle ändern in der, in der warte, ich hab genug, ne? ich hab nur 6 Steaks 6 Hach 6 6 6 6 und der Steak das ist mir so weh tun haha ha 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 mit Stick so aufgespießt wie so wie so wieso münchen aha jungen Misch, von dort denkt tut es weh wow versteht du, ne? hot topic nice hot topic kein feuer planten kann man aber blenden ich glaub schon also ich hab jetzt kein eisen aufschreiben ich hab jetzt kein eisen und dann schreib ich ob man feuer plantet kein jungen wenn das stimmt dann ist es ok ich hab einen bogenkrieg von dem skelett hast du die fahrgpensch abgebaut wo 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 aber wie nicht da war ich ja doch ich hab da zum zum workbench machen geben zum workbench machen ich hab keine ich kann es jetzt weil ich OP bin da steht deswegen anti-cheat fast placing detected was naja was was ich verwirrt habe wie urlaub war in slowenien da wie asiatische spotify werbung kriegt wir haben also ich hatte schon spotify werbung kriegt aber das verstört dann viel alter aber mein Opa krieg ich krieg ich schweizerische aber ich hab äh jetzt für köln den ganzen kopf premium also ich hab sie jetzt immer noch aber die schlimmste werbung war bis jetzt die englische also die die großbritannische weiter bau und rogero nirgendwo Euro oder wie in die fähig in Berlin waren so für engländer heute habe ich meine musik so geht die jahre ist das britische englisch was soll es wird muss hier noch anders und stecken und stecken und an uns an schwecken stecken tief rein was für die und hier das scheiß aufs Eisenmann oder sein war gescheitert rechnen ich weiß nicht ich will es mitnehmen oh lol das ist ein Loch das weiß ich nicht da gibt es also jetzt da gibt es viel 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 weiter da oh lol da haben wir mega hülle gefunden das geht über die ganzen Karten zur Stürfe oh da vorn waren wir schon oder wie? das ist aber ja ich weiß nicht nur ungefähr aber ich schaue nur da ob wir uns essen mehr zurück scheiß auf eisen oder? ja das ist überall eisen das ist zufällig und den Coder eigentlich nicht wegschauen bei dem eisen aber es macht mich sad du kriegst nur head kommentare hey du hast eisen übersehen wie worldbronk hey du hast eisen übersehen hey du hast eisen übersehen hey du hast eisen übersehen jetzt gibt es immer die auf das auf den auf den Vorsprung pass auf oh shit oh shit wer ist der king? ich bin ich bin nice nice das ist das boot ist unreal tournament 2020 oh da wir nur 5 minuten ja? ich baue schon mal den weg auf bitte äh ja so fett wir sind ja am blick reicht ja ok cool ich würde schon sagen der von seinen rubies aber wieso spuren kann ich nicht take it das ist nur bei tag it oh shit oh shit oh shit tag it tag it light tag it light ist jetzt zum normalen tag it war irgendwie und das normale tag ist full fett das normale tag zu fitter beast und die ultimate ohne fitter beast elementar verstehst du? hm ja tag it ist irgendwie ja ich weiss ja nicht fitter beast und magie und bienen und so viel scheiße ich habe schon mehr übererkannt was ich mache einmal in einem fitter beast projekt komplett bienen alter weil so viele geräte habe ich noch nie gesehen alter ich habe mir einmal so eine stunde lang gegangen und ebker spätzeichen gerne und ist wieder da war nicht legit und legit da habe ich keine Fackel mehr 1,2,3 ja ich komm zu dir auf hier hörte ich noch unten äh ne ich glaube man seine Mutter uuuuh äh Burg mal Moss zum limon den 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 und durch eine konto nein 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 da 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 was machen wir das? ich glaub das geht nicht, fuck egal, egal ja, MLG oh, MLG nein, ich hab's aber echt geschafft, das was du so, ich brauch Wasser, so packt jetzt, wie mein MLG macht, mit 316 und so, so, warte voll verdammt, so, ich schaff das warte, ich muss das mit Sensor belaufen, schon, so ich glaub das wird, warte warte, warte so, so, warte, jetzt, komm oh, getreckt warte, ich probier's vom Turm, warte mit voll hoher Sensor man kann nicht mehr groß ausschauen, mit hoher Sensor das das ok, ich schau, was du gefläten, warte mal na, ich weiß ja gar das nächste mit X, warte natürlich hhhhh ohhhh holz holz ja, workbench und Stix ich hab 6 holz 6 Stix, mein ich ja, ja, also, wo, workbench na? workbench nix? wie komm jetzt auf wie? also ah ich mag uns eingefallen zwei minuten verzauern wir auf bücher oder normal was muss man was ist mehr wert ähm weiter wir machen einfach ein ende dringend kaputt nein kann man nicht weil die in der augen direkt hast du erde erde ja ja erde nice und granit ne granit brach ich ne die Summe überhaupt aufnehmen uuuh getreckt ja bis die sehr schnell ist kannst du mal dort dein wasser einfüllen ja ganz rechts ja der erste mit hahaha mit rollen am füllen wie so viel spaß weil kannst du beavers und buttet äh na irgendwie irgendwas mit anstupsen also tak ha 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 warte wie wärs Alter... Was ist das? Du bist grad Spaß-Dignant! Nein! Du sagst hier recht nicht. Du hast Hähnemuskel höher, gell. Ich mach das jetzt Jump'n'Run. Ohne Spitzhacken, fuck. Ich hab den Sprung, MLG. Ich hab den Sprung zurück. Mit Outlaufen natürlich. Okay, komm nixin. Recktsam. Was soll das? Ich muss grad essen. Wenn Zeit ist frei, warte 4-2 Stunden bis wir spielen darfst. Und wenn du aufgeklickst, dann steht der Logging in und da steht wie long du noch brauchst. Begut. ... ... ... ...